Die CDU hat eingeladen und nicht irgendwen, sondern die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und das lockt natürlich die Schaulustigen auf den Weserdeich. Wo ist sie denn? Wann kommt sie denn? Die Bundeskanzlerin um 15 Uhr sollte sie eintreffen am Atlantic Hotel CST. Und da sehen wir schon die Karawane. Da steigen sie aus. Die Sicherheitsleute Angela Merkel, die ist schon mittendrin in diesem Getümmel von Journalisten und Schaulusten. Wir sehen sie dort vorne. In blau hat sie sich gleich mal in den Mittelpunkt gesetzt und zieht natürlich die Fotografen und natürlich auch ihre Fans magisch an. Ein schneller Blick über die Weser. Wunderbar. Ich schreibe. Hallo, grüß Gott. Sie wagen die Opa. Ich schreibe ja auch. Weiter geht es für die Kanzlerin auf das Dach des Atlantic Hotels CST. Hier erstmal von der Besucherplattform den Blick über den Hafen genießen, angucken, wo denn der Zoo genau liegt. Und sie lässt sich erklären, wo sie denn den Europawahlkampf hier in Bremerhaven bestritten hat. Nämlich direkt vor dem Leutz. Noch einmal posieren für die Fotografen. Und dann geht es los. Das Townhall-Gespräch vor geladenen Gästen. 130 Gäste waren dabei in der Lounge des Cell City Hotels. Und hier durften die Gäste Fragen stellen an die Bundeskanzlerin. Und die antwortete mit Bravour gekonnt und zeigte sich in guter Laune und machte so Stimmung für die Wahlen am 10. Mai. 130 Gäste, Vertreter aus Politik, aber auch natürlich Wirtschaft und natürlich viele Medienvertreter, die eine Menge zu schreiben hatten, waren dabei bei Angela Merkels Besuch in Bremerhaven.